ja das ist sehr gut gemacht ja dafür kann ich ja nichts ich habe ich habe ich habe außerdem v gedrückt deswegen ich hab's gleich einen augenblick ja guck mal wie die alle reingestammt kommen es sind so viele das schaffen wir nicht jetzt wissen wir die infizierten gesteckt haben extrem gut gesichert für einen college campus oh ich habe keine aussage mehr ich hatte mal eine schrothfilme in die hand ok hier kommt mal der hat ein messer hier drin die kannst du noch nicht benutzen sie ist offen los Los! Ich hab anbekannt. Ja, wieso kann ich dich nicht töten, Alter? Oh, hier! Komm her! Was? Oh, nice! ja die kannst du nicht angreifen, das ist dumm, finde ich pass auf, wer denn der steht auf hier, da wusste ich, ja, war klar ja, stehen alle auf hier, was soll ich what ja ja saus, alter Du brauchst ein bisschen Leben, ne? Ja, warte mal bitte... Du musst einen Behälter füllen, die Dinger. Ich hab jetzt 7 da drin. Und ein Teil füllt einen Balken, glaub ich. Der steht bestimmt auf. Wusste ich darüber, klar. Guck mal, du kannst ihm richtig den Rücken raushauen hier. Äh, war die Tür nicht zuge gewesen, Lennart? Ja. Oh. Alter. Höng! 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 Häng! Höng! Ah! alter nein ich bin aus dem spiel ausgetappt hallo ok jetzt bin ich wieder Alter was ist da was ist da mit deinem was toll ich habe jetzt irgendwas gemacht warte mal toll das ist die grafik jetzt ruckelt jetzt alter fick dich doch alter vielleicht muss er wenn man das level neu laden also das nicht ist jetzt geht es wieder ich muss nur einmal die grafikeinstellung und dann jetzt geht es wieder na los pass auf wenn du da durchläufst piep 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 das war ja klar ja äh der hat eine axt timo timo guck mal da ist ein problem man könnte auch über den tisch ähm gehen leonard ja lieber nicht timo 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 Hilfe! Hilfe! Danke Bei den ganzen Zombies gucken erst zu wenig wenn du mich haltst Bitteschön Danke schön Ich hab grad locker 5 von meinen Schau einfach vorbei Mist kein Schlüssel Ich suche ja Vielleicht im Handschuhfach Nein Nichts Ja Hinter dem Spiegel oben oben, oder? Ja da Du musst die ganze Zeit irgendwas drücken Hinter uns ist nichts Rückwärts Angeschnallt? Ja Festhalten Oh nice, mach die Srena an deiner Art Eiuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Den Campus hätten wir Jetzt müssen wir noch durch die Stadt Ohne getötet zu werden Was ist jetzt irgendwas kaputt? Ich dachte schon, dass das eine falsche Taster drückt. Aber guck mal, da kann man lang gehen. Ja, ist klar. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Na ja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Toll. Erstmal rüberlaufen. Man hätte ja auch den Deckel zumachen können, aber spielen wird sieht man wieder doof. Muss man nicht. Nee, lieber nicht. Oh ja, hi, mein Süßer. Alles okay. Quitsch, quitsch. Was ist los? Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie. Wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Lennart's Flashbacks. Alles was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Guck mal, seine Nase sieht aus wie so... Ich verstehe Ihre Beziehung. Hä? Seine Nase, Alter. Fakten offen zu kriegen verursacht auf zusätzlich... Eine Lektion, die ich bei Militär lernen musste. Toll. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie können immer auf mich zählen. Jederzeit. Es ist Chaos zu beenden. Wie lange hat er... Hat das jetzt gerade die Dauer... Sein Flashback? Keine Ahnung. Die steht da... Sein Flashback zur 10 Minuten gedauert. Da steht der immer so rum. Und hat so'n Flashback. Und die Frau denkt sich... Was ist denn mit denen los? Das wird dabei. Ey, warte mal. Hier kann man das Rücken... Achso, noch nicht. Glauben Sie mir. Ich weiß. Da rein sie! Da! Da! Wieder da hinten! Da! Da ist sie! Hä? Oh, hör auf! Doch! Ich hab mich so gewundert, warum... Wo guckst du hin, Leonard? Ich verfolge ihre Bewegungen, aber seien sie wachsam! Ich verfolge ihre Bewegungen, aber seien sie wachsam! Da darfst du nicht lang rennen! Wo? Also wieder lang! Na, in die andere Richtung! Ne! Ich bin ein Elektriker, ich weiß was ich tue! Ich bin ein Elektriker, ich weiß was ich tue! Na ja! Oh! Das war knapp! Der steht ja nochmal auf! Was baust du denn da hinten? Na, ich schau noch mit den Jungs! Mit deiner Jungs! Oh, hier ist keins! Es muss aber eins sein, Leonard! Nein! Es muss nicht jedes Level eins sein! Beziehungsweise alle zwei Meter! Oh, Meter jung! Oh, Meter jung! Munizons Verschwendung! Ey, mit mir noch die Axt mit! Ey, das Spiel! Oh, oh! Lennart! Lennart! Was? Was? Wo sich... Alter! Alter! Oh! Die zwei ein bisschen weg! Gelb! Ich musste das auch drücken! Obwohl auf der linken Seite so massig Platz war! Guck mal, da siehst du da hinten! Wird höchste Zeit mal, dass du amnesier spielst, Leonard! Komm mal her und guck mal, was da neben der Tonne ist! Sprengstoff? Naja, guck! Geh einfach nach vorne! Ja, ein Hund! Ich seh es doch! Achso! Ja! Die sind lieb, die Hunde! Die brauchst du nicht schießen! Sie haben, was wir verletzen! Sie haben, was wir jetzt direkt geschaut! Cheers! Jetzt kann ich mal! Oh, oh! Oh, das hat auch Angst, wie ich lasse, was ich! Ich bin so. Ja! Die hat doch welche, was ich ausgelöst! Ja! Ich... Frau, ich bin so.